Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play Folge von Links Awakening. Wir haben ja jetzt eine neue Fähigkeit bekommen und zwar die Pegasus Stiefel, mit denen man auch Bäume und alles mögliche anrempeln kann. Deswegen nehme ich jetzt mal noch ein paar Umwege. Heute begebe ich mich nicht auf die Suche nach einem Dungeon. Ich möchte heute nochmal in das Dorf zurück. Da ist nämlich ein Schrein, der nennt sich Traumschrein, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Und erst mit den Pegasus Stiefeln kann man den komplett abschließen. Man konnte zwar vorher schon rein, aber man konnte vorher nicht alles freischalten. Und vor allem kann man so tolle Sachen damit machen. Und deswegen lohnt es sich immer mal einen Umweg zu nehmen, um noch solche Muscheln zu finden. Willst du mich ärgern? Stopp. Jetzt gucken wir doch mal hier rein, ob ich hier eigentlich alles gefunden habe. Ja, hier drin waren wir schon. Na. Ja, hier drin waren wir schon. Und nochmal 50 Rubine. Also mittlerweile weiß ich nicht mehr so genau hin, wohin mit dem Geld. Ups. Ich bin mir nicht sicher, ob hier noch irgendwas war. Ach, das war eine Fee, alles klar. Oh, das Tauschgeschäft geht weiter. Jetzt werden wir unseren Stock wieder los. Weg ist er. Jetzt haben wir Honig. Okay. Können wir noch irgendwie dagegen rennen? Okay. Okay, da passiert nichts. Also irgendwie, glaube ich, bei mir hat man mal eine Richtung wechseln. Warum auch immer. Genau. Okay. Ne, da geht es zum Schluss. Da wollen wir nicht hin. Okay. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Oder? Hier unten? Ja. Oder? Oder? Ne, doch nicht. Das lassen wir mal lieber. Ich weiß, dass hier noch irgendwo so ein einsamer Baum, außer der, oder? Ist das sogar einer? Ne. Den hatten wir ja gerade schon. Ach, na eben, da wollte ich auch mal graben und sehen, ob hier irgendwas ist. Okay, nö. Da ist nix. Irgendwo hier war, glaube ich, noch so ein Baum. Ist ja frech. Da ist er. Zack. Von einem Busch aufgehalten. Das ist geil. So, ach, na eben, mir fällt gerade ein. Wo war denn der Laden? Der Laden, der Laden, der Laden, der Laden. Da war ja oben. Da kann ich mir noch ein Herzfell holen. Ich habe jetzt genug Geld. Und zwar genau hier. Genau. Oh. Ach, du dickes Ei. Nur 980 Rubinen. Okay, na dann spare ich doch lieber auf Pfeil und Bogen. Nur 980. Da lohnt es sich ja, dass ich doch so viel gesammelt habe. Okay, gehen wir mal in den Traubenschreien. Das ist nämlich dieser gute Ort hier. Okay. 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 Wirklich. Okay. 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 Hope. Okay. 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 Nein! Ach du dickes Alter, fällt mir ja... Oh, Moment, ich kann noch rennen, ich trottel. Ich glaube, damit kann man die auch plätten. Ach, ich bin so blöd. Mann, stell dich doch mal nicht so an. Die sind bitter nötig jetzt. Ganz bitter nötig. Zack. Oh, hier haben wir doch noch mal 100 Rubinen. Alles klar, auf dem Weg zu meinem Pfeil und Bogen komme ich doch etwas näher. Sehr schön. Was haben wir denn da schön? Das ist eine Ocarina. Gehört das zu den offiziellen Instrumenten? Ne, gehört es nicht. Ein kleines Instrument mit bezauberndem Klang. Das muss ich doch mal ganz kurz ausrüsten. Okay, ich glaube, ich gehe nochmal ins Dorf, denn da war doch so ein Mädel, die trellert immer so eine Melodien. Oh, das war jetzt aber knapp. Da ist sie schon. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Na komm, das schreit doch nach einem Herzteil, oder? Ja, ich habe es mir fast. Wie soll ich denn da sein? Ja, ich habe es mir fast. die ballade vom windfisch ok gibt es bestimmt öfter mal eine stelle wo die melodien irgendwie weiterbringt die frage hier passiert schon mal nix ok jetzt gehe ich doch mal hier rein was war hier eigentlich drin ach das war der kollege mit dem telefon das ist schade dass man nicht das einsammelt was man hier wegsäbelt so ich muss in richtung schloss das war knapp und die lassen ordentlich was fallen da geht es ins schloss da wollen wir nicht hin das war jetzt aber auch knapp hier ah da war es alles klar ach steck ich bin ja auch im trottel einen da oh ein herzteil na ich glaube da komme ich ja nicht ran was überall wasser zoodorf was haben wir hier schönes ein hase ok die melodie also oh wir werden den honig los und bekommen eine ananas ok wahrscheinlich ist sie die lösung ok 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 also muss man das mädel nochmal holen das heißt nochmal holen wir müssen sie holen oh das ist gut ist ein teleporter nicht dass ich da erst einmal hin muss und das valros ist jetzt noch nicht disco und somit so weiter das war ja auch doof Nein, in die andere Richtung. Okay, da ist es. Ha. Ah, alles klar. Na, das ist ja schön. Okay. Okay, ab zum Teleporter. Ne, stopp, der war hier. Ach, jetzt. Ich war doch richtig. Okay. Na, mich wird es nicht wundern, wenn es hier irgendwo eine Muschel gibt. Ich prall an einem Huhn ab. Das musst du mal reinziehen. Ach, geil. Okay, mir fehlt gar nicht mehr so viel, bis ich... Ich prall an einem Kind ab. Mit Schwert. Nicht schlecht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt hier einen falschen Weg laufe. Okay. Na, dann setzen wir uns doch mal zu dir. Oh. Okay. Oh. Okay. Hey. Okay. Ein Zeichen der Götterna ist klar. Das ist eine richtig tolle Frage. Ich mach mal lieber hm, bevor ich nein sage. Okay, vergessen. Na, das wollte ich doch hören. Das ist ja herrlich. Er hält sie hoch, als wäre es ein Gegenstand. Das war jetzt schon ein bisschen witzig. Jetzt muss ich mal gucken. Okay, ich kann bestimmt hier unten langlaufen. Ja. Oh Mann, das war jetzt echt lustig. Du 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 du. Stopp. Ein bisschen Abgrund. Wie soll ich da lang kommen? Sicher, dass ich da nicht lang komme? Das ist ja... Tatsache, okay. Lustig. Du 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 du. Okay, kommen wir auch noch nicht lang. Na, oh, das war aber knapp jetzt. Mal sehen, ob sie sich mit teleportieren lässt. Ja, alles klar. Perfekt. Ja, alles klar. Perfekt. Ja, wir wollen. Und tschüss. Ist auch schön. Und tschüss. Ist auch schön. Alles klar. Ja, machen wir mal einen kleinen Zwischenspeicher. Das kann nicht verkehrt sein. Okay. Ja. 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 Ja, ich sag mal. Okay, das geht schon mal nicht kaputt. Okay, damit kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen. Alles klar. Aber alle Muscheln finden es bestimmt auch noch mal in der Wucht. Okay, ein kleiner Entwurz. Oh, da geht man gleich komplett drauf, oder? Ah, nein. Okay. Mal gucken, ob ich hier auch noch was bekomme. Oh, das könnte schon ein komplettes neues Herzteil werden. Ja. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Und damit muss man den Gegner bestimmt noch mal komplett töten. Also komplett verwunden. Danke, dass du mich verwundet hast, sonst wäre ich wieder runtergefallen. Wieder. Das hat sogar noch gezählt. Okay. Sehr schön. Ach, okay. Da muss ich jetzt hier runterfallen. Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Okay. Gibt es eigentlich noch einen Weg nach? Nee, gab es nicht. Bruch. Wer kommt denn da? Alles klar. Alles klar. Nee, stopp. Ich muss ja wieder hier lang. Sonst klappt das ja wieder nicht. Keine Sorge, wie kann ich dich vergessen. Okay, wir müssen... Wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Ziemlich kraut. Der meint aber nicht, dass... Okay, wir erkunden das jetzt mal. Nix drin, okay. Ich mag diese Viecher nicht. Unterbrücken, Geheimnis oder lange leben? Unterbrücken. Ah ja. Sehr schön. Unterbrücken. Okay, das heißt, wenn ich mal irgendwann endlich die Taucherflossen finde, dann garantiert ist da irgendwas Tolles. Und ich glaube, ich kann mir schon denken, was ich da finde. Ach, ich verlaufe mich hier jedes Mal. Ich könnte da wahnsinnig werden. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, um die Herzen zu bekommen. Okay, da müssen wir hin. Okay, das passt. Das passt. Ah, hier wollte ich hin. Frech. Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob das vom Anlauf her reicht, um darüber zu kommen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ah, ich habe es mir gedacht, okay. Ich stehe übrigens ein bisschen auf dem Schlauch und ich weiß nicht, wie man an dieses Herzteil kommt. Ich kann mal wissen, warum hier so viele... Ich lasse mich mal absichtlich fallen, okay. 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 Oh, vollkommen ausgetrickst hier. Kommst du her? Ich bin doch schon da. Du kannst aufhören mit Winken, meiner. Du kannst aufhören mit Winken. Er bekommt die Ananas. Okay. Eine Hibiskusblüte. Okay. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ach nee. Okay. 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 Da ist der Eingang. Alles klar. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge gibt es den Wundertunnel. Das ist die nächste Dungeon. Wir stehen direkt davor. Ich hoffe, dass ihr auch da wieder einschalten werdet. Lasst ein Daumen und ein Abo. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ein paar Kommentare. Ein bisschen Feedback würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen absolut geilen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.